Äh, wie? Nimmst du das nicht mit? Können wir ja wohl mal mitnehmen, Jupiter um Mars. Ähm, will ich mich da durchquetschen? Hau dem Geist auf die 12 Uhr, wir sehen weiter. Warum zur Hölle soll ich mich eigentlich hier durchquetschen? Weil wegen... Wie fiel gerade ein? Wir haben ja eine Kamera. Wir können auch ein Bild machen und gucken, was da ist. Weil immer so ins leere Laufen ist so ein bisschen... Da ist ein Regal. Und noch eine Tür, die abgeschlossen ist. Natürlich, natürlich. Jetzt habe ich den Weg hierhin gemacht. Ganz umsonst. Das ist gemein. Gut, dann wieder zurück. Gut, dann wieder zurück. Das ist englisch. Hier ist nur eine Wand, ne? Ja, dann lassen wir mal wieder nach oben, hä? Das ist ein Ventilator. Ich denke, was dreht sich da? So, wir gehen jetzt erstmal hier wieder in das Zimmer rein. Mein Gott, hat der keine anderen Bilder von der Oma gehabt? Also mal ganz ehrlich, immer die gleichen. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ja, ey, der Opa, das ist ja eine alte Sau gewesen. Der hat ja hier sogar... Hier liegen noch Müllbeutel von vor. Sowieso rum. Konnte das keiner mal sauber machen? Und ist euch das nicht eigentlich ein bisschen zu laut, dieses ewige Brummen? Ich sehe gerade, dass das echt laut ist, finde ich. Ja, ich komme auch gleich. Da ist abgeschlossen. Ähm, ich wollte es eigentlich aufmachen, bitte. Nischt. 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 Was genau suchen wir hier eigentlich nochmal? Den Opa, den Tod? Ein Schlüssel. Ein Dreieckschlüssel, okay. Dreieckschlüssel, check. Aber ich muss gleich mal unbedingt was trinken. Weil Kratzen. So. Habe ich jetzt untergepfeffert? Geil. Ähm, so. Noch mehr hier zum... Wieso macht ihr die immer zu anstatt auf? Kann ich mich eigentlich in die Hocke? Nee, kann ich nicht, ne? Okay, den Schlüssel kann ich nicht, kann ich den Hammer auch nicht. So ein Quatsch, mit dem Hammer könnte ich alles aufmachen hier. So. So, nur das. Wieder die Uhr. Diese Kuckucksuhr. Oh, ach so. Haben wir aber noch nichts für. Ja, Frage. Sollen wir jetzt erst hier links? Oder sollen wir uns rechts noch ein bisschen umschauen? Und wo kriege ich einen Bolzenschneider für diese ganzen Schlösser her? Mann! Also, die Türen stehe ich ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Hä? Okay. Ach so, hier sind wir am Rundwanderweg. Das ist das, was ich da gesehen habe. Hier, der Ventilator. Ist auch ein komisches Haus, muss ich sagen. Sehr komisches Haus. Kätzchen. Hallo. Was ist das, Tabletten? Mein Gott, hat er viele Tabletten genommen. Krass. Ja, nimm das. Ach, deshalb überall Uhren. Verstehe. Kann man das aufmachen oder so? Ne. Okay, dann lass liegen. Ich hätte ihn mitgenommen. Ist bestimmt wertvoll. Ach so, das ist, ah, das ist, ist das die Haustür? Nein, ne? Das ist ja schrecklich. Also, wir müssen da. Ja. Mach mal hier ein Bild. Ich vergesse mal mit der Kamera. Okay. Okay. Schick. Ach so, abgeschlossen. Das ist das verstopfte Badezimmer, ne? Äh, nimm das mal. Kombinazieren? Hm, 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 rechts, acht, links. Okay. Hm, 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 rechts, acht, links. Merkt sich das jemand? Was? Do not? Ja, mit dem Hammer. Junge, du hast einen Hammer. Do not use. Ach so. Warum, warum zur Hölle will ich bei Opa das Klo aufbrechen? Danke, Kalle. Das ist doch totaler Schwachsinn. Blu-Nees, hey! Ist das ne Band, oder was? Das sind die Wertsachen, meinst du? Ja, aber... Im Klo, meinst du? So, hier hatten wir auch noch... Abgeschlossen, natürlich. Ach so, daher kamen wir. So. So, wir haben einen Schlüssel. Einen Schlüssel mit, ähm... Tresor hinter der Wand. Ja, vielleicht hier in diesem Arbeitszimmer, was abgeschlossen ist. Hm, das müssen wir kaputt machen. Wir haben... Hast du noch irgendwas vergessen? Also, irgendwo reinzugucken? Ansonsten haben wir halt... Ein Schlüssel mit, 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 mit... Dreieck. Und diesen Sonne-Mond. Sonnenmedaillon. Und Dreieckschlüssel. Ein Hammer. Dreieckschlüssel war ja hinten da an der Tür, ne? Dass wir die Tür nicht gesehen haben, ne? So. Halt da. Benutzen. Tatatüff. Abgeschlossen. Kann ich jetzt... Ist da unten... Ja, da ist jetzt auch noch ein Schloss. Ich seh das wohl. Aber da wüsste ich... Ich kann halt nicht crouchen oder so. Dass ich sehen könnte, was für ein Schlüssel... Hier sah man das ja direkt. Tja. So, ne Zahl haben wir auch nicht. Falsches Zimmer. Falsches Zimmer. Da war die Tür. Ich denke gerade schon, bist du jetzt total Banane. Keine Tür mehr da. Ähm, so. Was haben wir vergessen? Also Schränke haben wir doch alle... Oh. Grandpa. Und, äh, wieso hat das eine Kind irgendwie nur ein Auge? Das linke Kind unten hat irgendwie nur ein Auge? Oder ist das... Oder ist das Auge irgendwie, äh, ins Nasenloch gerutscht? Ich weiß es nicht. Äh. Aber sonst haben wir nichts vergessen, oder? Na? Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Die Kette ist auch noch zu. Haben wir auch nichts für. Erziehung. So, in das Zimmer kommen wir auch nicht rein. Wartet mal. Hier ist noch... Können wir da mal ein Bild von machen? Das sieht so ein bisschen... ...nach Bild aus. Naja, ist aber nix. Okay, da war die Uhr und hier brauche ich den Schlüssel. So, dann haben wir jetzt oben eigentlich alles abgegrastet. Im Keller war doch gar nix mehr, oder? Und hier brauchen wir auch, um das Schloss aufzumachen. Und Opas Zimmer ist auch nicht, dass wir wieder eine Tür hier irgendwie übersehen. So, Generator ist immer noch an. Hier ist eine Wand, ne? Aber hier kamen wir ja auch nicht weiter. Geh nochmal durch. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Da ist nischt. Die ist auch abgeschlossen. Kann ich mit dem Hammer nicht... Kann ich mit dem Hammer nicht... Interagieren? Wieso konnte ich jetzt interagieren? Das konnte ich vorher nicht, oder? Guck mal, da haben wir den Arm von der Schwester. Den Fuß von der Mutter. Wir brauchen noch den Kopf vom Vater. Wieso geht das jetzt auf einmal auf? Wieso geht das jetzt auf einmal auf? Das ist doch nie wahr. So, kann ich... Wie eine Einkaufskiste. Kann ich das da reinmachen? Nee. Der sagt uns irgendwie, wo die Bilder hinkommen, oder? Kann das sein? Ich glaube auch, ehrlich gesagt, wir sind noch total am Anfang. Es ist noch nichts Gruseliges groß passiert. Und ich hänge hier schon, was weiß ich, wie lange hier rum. Andere sind wahrscheinlich schon durch. So, Keller haben wir auch abgefrühstückt. Können wir die Bilder in das eine Zimmer da hängen? Wartet. Hier, können wir das da hinhängen? Nee. Auch nicht. Das war nur der Safe. Hatten wir denn auch irgendwas, wo wir rechts, links da eintragen konnten? Nee, ne? Hier brauchen wir auch was anderes. Zahlen haben wir auch immer noch nicht gefunden. Hier, dieses, dieses, dieses... Das hier ist was anderes, ne? Kann ich hier auch nicht reintun. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mit so einem mega Rätselspiel gerechnet, sondern doch mit, mit ein bisschen, also was Gruseligem schon, aber... Irgendwas, was ich übersehen habe. Und dann müssen wir mehr Bilder machen. Das ist noch das Tutorial, ja. Es kommt mir so vor, als ob hier noch gar nichts irgendwie... Also selbst ich finde es jetzt im Moment noch sehr... Entspannend. Bis auf hier und da mal knacksen, aber... Ansonsten... Haben wir denn alle Schränke? Ja, ne? Den hatten wir offen. Den kriegen wir nicht offen. Das mit dem Kühlschrank können wir nicht offen machen. Da unten ist auch nichts mehr. Ich bin so ein bisschen irritiert. Ich will jetzt nicht schon wieder sagen, ich sehe nichts. Hinterüber sehen wir da wieder irgendeine Tür, die da lag. Da ist gerade eine Kakerlake in das Bild gelaufen. Hat das was zu sagen? Oh, ich bin so blöd. Wir haben schon wieder was übersehen. Erstens sind hier Schubladen. Zweitens ist hier ein Abgespielgerät für Kassetten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Von dem Moment of first contact, es ist bereits zu late. Wenn ein Dämon sich an einem Mensch zu einem Mensch... Dämon? ... es wird ein Parasite von einem solchen. Es wird von den Husten, bis es verletzt wird. Was ist er noch nicht so? Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. There's just no way I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... I... Oh, God. My head. A door. A red door. Door. What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Verstehe, verstehe. So, klingt als hätte die Identität von der da die Rede... Von der er da redet Depression, ja. Geht mir genau so. Hier, rote Tür. Was? Kellertür? Ah, so ein Hore ist das, wo man sich in die Ich-Perspektive, in den Charakter einfühlt. Ja, ja, bestimmt. Bestimmt. So, aber... Wir haben etwas über Besessenheit. Dämonenbesessenheit gehört. So, und dass man aggressiv und gewalttätig wird. Und dass es immer ein Objekt gibt, was besessen ist. So, wir haben gelesen, dass die Madison diese Kamera hatte und offensichtlich ihre ganze Familie und sowas getötet hat. Und jetzt haben wir die Kamera. Offensichtlich hat uns die ja irgendjemand zum 16. Geburtstag geschenkt, ne? Die war ja in dem Paket. Das heißt, wir werden jetzt besessen, weil wir die Kamera hatten. Unser Vater hat das geahnt. Und was ist jetzt mit dem Opa? Weiß ich nicht. So, Ginas. Wir haben voll viel rausgefunden. Wir machen ganz kurz Pause. Ich gehe ganz schnell einmal pinkeln. Und, äh, ja. Ihr könnt euch ja nochmal überlegen, ob ihr nicht auch besessen seid. Hm?